Was haben Sie uns denn heute zu erzählen, Herr Bundespräsident? Ja, Sie, was ist heute für eine Überraschung? Wir sind schon so gespannt. Eine Sensation habe ich Ihnen zu verkünden, nämlich nächstes Jahr Da wird Maschek das 20-jährige Bühnenjubiläum feiern Und da kommen Sie wieder in der Originalbesetzung zu dritt auf die Bühne Und wo feiern Sie das? Da haben Sie sich einen Ort gesucht, zu dritt mal 20 Jahre haben Sie sich einen Ort gesucht, der 60 Jahre alt wird Und die 60. Saison in der Wiener Stadthalle ist auch nächsten Herbst Das heißt, das neue Programm von Maschek Mit dem Titel... Opa-la! Jetzt ist mir die Ankündigung weggeflogen Also den Titel habe ich immer gemerkt Das Programm heißt 20 Jahre drüber reden In der Stadthalle im Herbst Mm-hmm Applaus Das Programmatisch Das Programmatisch Untertitelung des ZDF, 2020